Guten Morgen! Guten Morgen, hallo, es ist nachmittags. Ja, tut mir leid. Mir auch egal, auf jeden Fall sind wir wieder bei Mario und wir treten Big Bull in den Arsch. Ja, du hoffn wir mal. Ja, du, äh, übernimmst den Hauptteil. Was? So, wie komm ich jetzt überhaupt zu dem? Erstmal ist die Frage. Ich probier's mal mit so nicht. Mit so nicht probier ich's. Ah, doch, ja. Ja. So nicht, mein Freund. Was denn da, was ist der Kackmann oder was? Ne, ins Eis springen. Achso. Okay. So auf Arsch. Ne, ich weiß, wie ich mach noch. Ja, so auch nicht. Äh, erstmal weg. Ja, toll. Scheiß Kamera. Und der fällt wieder drauf rein. Ja, das ist aber ne andere. Müsste ich das hier auch rein rein? Ah. Jetzt bist du da, ich doch, als ich den Arsch drehen will. Ja, bin aber runtergefallen, ins Eiswasser. Ich hab mir den Arsch abgekühlt. 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 Ja, letztens hab ich den heißen Arsch, jetzt hab ich den kalten Arsch. Er wechselt mal ab. Ja. Kommt Abwechslung ins Spiel. Ich hab's nur Eis. So, und ich hab's... Wieso Eis schmeckt doch gut. Ja. Toll. Autsch. Und schon wieder. Game over. Game over. Herzlich Glückwunsch. Game over. Na, halt die Fresse Mario, du bist nicht Game over. Du tust nur so. Okidoki. Okidoki, halt's Mario. So, auf die Fresse und gehen hier nicht rum. Meine Schwester geht hier einfach rum mit nem Video. Handformen und wenigstens. Ja. Das sehen die Leute nicht. Bäh. 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 Ja, ich bin Kindscharf. Bäh. Ey, wir sind gleich die Trafpose nachher. Mh, äh, nach der Aufnahme vielleicht. Schade nicht jetzt? Ne, ne, ne. Kommt nicht so gut. Und ich hab jetzt keine Lust mehr auf diese scheiß verkackte Eiswelt. Also geh ich woanders rein. Einfach mal. So. Hier war nämlich auch noch irgendwas. Ah, wo steht's doch auch. Oh, oh. Das ist ein Eiswege. Ja, ich weiß. Aber irgendwie war das ganz komisch in diesem Raum. Hier ist irgendwo ein geheimer Gang. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher wo man landen muss. Irgendwo ist dann nämlich im Untergrund was oder auch nicht. Vielleicht auch nicht. Hä. Ich war mir aber sicher, dass da irgendwas ist. Nur wenn nicht muss ich nachgoogeln. Bist du dir sicher sicher? Ich bin ja eigentlich ziemlich sicher. Ich geh auch nur mal sicher sicher. Ja. Ja. Mach ich bald. Häh. So. Okay. Das hier unten drauf. Ich glaube nicht. Irgendwas sieht man nämlich im Spiegel, das man normalerweise nicht sieht. Ich muss mich mal vernünftig hindrehen. Da ist nichts. Da ist überall nichts. Warum ist hier nichts? Mir auch egal. Ich geh wieder raus. Das ist nur die Eiswelt. Also darauf habe ich jetzt keine Lust. Nee. 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 So. Dann geh ich jetzt in die Welt. Wo auch immer. Ha. Das ist ne gute Welt. Oh mein Gott. Gleich kommst du dir ja komisch vor. Na. Jetzt mal. Vergegenspringen. Und und und. Und. Gulliver Goomba. Flöke die Schnappiranha. Okay. Flöke die Flöke die Flöke die Flöke die Flöke die Flöke die. Hey was muss nur du kleiner. Haha. 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 Das war ja gut. Der war gerade dumm. Und ich verbrenne natürlich erstmal den Arsch. Na. Das war klar für Glück. Ja. Trotzdem musst du jetzt mal irgendwie hier hoch. Ah. Gedeckt. Penner. Man. Diese lebt auf der Straße. Warum nennt sie den Penner? Ne. Das war scheinzeln. Verscheinzeln. Verscheinzeln. Das ist ja eng. Na. Was macht der? Das war das denn. Das war das denn. Was verhörst du denn? Oh. Die Kommune. Grrrr. Ich hab's doch sonst mal geschafft. Irgendwann damals. Von nur hin. Ja. So alt bin ich zwar auch gar nicht. Aber. Nicht das sagen. Ja. Ich hab's doch nicht. Ja. Ich hab's doch nicht. Ich hab's doch nicht. Ich hab's doch nicht. Ich hab's doch nicht. Oh mein Gott. Doch nicht. Äh. 19 Jahren, da gab's sowas. So eine Entwicklung noch gar nicht. Äh. Wenn nicht so. Marco ist jetzt mittlerweile 25 Jahre alt. Weil das Spiel ist. Ja stimmt. Stimmt. Zwei Jahre älter als ich. Ja fast. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und früher war alles schwarz-weiß. Ja ist richtig. Game Boy. Naja auch nicht ey. Das war noch Zeit. Nein gar nicht wahr. Gar nicht wahr. Das war nicht alles schwarz-weiß. Ja paar Sachen aber. Und irgendwie ist der Tongrad weg. Bei mir aufm Ohr. Und da ist ein Fisch im Wasser. Gut wir müssen die Leute so unterhalten. Bei mir ist der Tongrad weg aufm Ohr. Kann auch nur sein dass es in den Kopfhörern liegt. Aber du bist schwerhörig. Ich weiß nicht. Aber ich glaub nicht. Ich glaub eher der Ton ist irgendwie aus irgendeinem Grund verschwunden. Wow. Was auch immer. Mal gucken ob's im Video auch weg ist. Und wobei ich gerade. Achso damals war gar nicht alles schwarz-weiß. Es gab das sogenannte NES und das war nicht schwarz-weiß. Oh. Ja. So süß. Pfff. Kannst du damit nicht so aus? Kannst du damit nicht so aus? Äh. 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 Der wieder zicke. Kann ich mal. Okay. Kann ich jetzt eigentlich hin? Na keine Ahnung. So irgendeine Piranha Pflanze. Also so eine komische Pflanze flüten. Wo auch immer die Seite. Weißt du mir das aber nicht? Nein ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Über mir ist irgendwas. Oh mein Gott. Ist das der Piranha? Ne. Keine Piranhas. Nicht? Das war Lakitu heißt der Typ. Ne der im Wasser. Ne das war auch kein Piranha. Das war nur das Vieh was der Typ abwirft. Achso. Ja. Das ist immer ganz nervig in den noch neueren Mario-Spielen. So ich mal in diesen. Wo man einfach nur von links nach rechts läuft. Mario-Spielen. Batsch. Yeah. Maaann. Maaann. Nö. Habe jetzt auch keine Lust. Ja. Und ich geh nochmal rein. Maaann. 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 Wir hatten letztens ja. Wir waren noch in der Bar. Maaann. 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 Richtung. Dann dreht sich Leute in eine andere Richtung. Ja. A, A, B, C, D. Lauf, 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 lauf. Ho, geschafft. Soweit steht hier auf dem Schild. 40 Steinschlag. Kein Glas. Schon wieder Werbung. Ja, nicht das Schild anficken oder so. Äh, Ups, Entschuldigung. Hier oben weht eine steife Brise. Steif. Solltest du deine Mütze verlieren, kannst du sie auf dem Weg zum Gipfel wiederfinden. Gut zu wissen. Ja, wir erklimmen den Berg, aber glaube ich erst beim nächsten Morgen. Sonst wird es eng, oder? Ich kann noch ein bisschen hochlatschen. Ein Minütchen haben wir noch ungefähr. Oh mein Gott, Kugeln. Rolling Stones. Sie sind wieder da. Autsch. Oh mein Gott, ich sterbe gleich. Gibt es so viele bei denen? Ich sterbe gleich. Eigentlich sind es nur vier oder so. Aber ich sterbe gleich. Oh mein Gott. Ja, ich bin gestorben. Und damit kann ich den Part jetzt auch wunderbar beenden. Jawohl. Super. Das hat total wieder super gut geklappt. Das wollte sie auch mal sehen. Ihr habt mich doch getrunken dazu. So, und jetzt sage ich Tschüssi und Franzi auch. Bye, bye. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.